Herzlich willkommen und Glück auf zum Podcast hier aus Auebad-Schlemer. Ja, ich bin verabredet mit dem Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Auebad-Schlemer. Ich freue mich ganz sehr, dass er Zeit gefunden hat, wir zusammengefunden haben. Denn in den letzten Tagen ist ganz, ganz viel passiert. Nicht nur die Zahlen gehen runter, also die Inzidenzzahlen, sondern die Zahl der Geimpften geht nach oben. Herdenimmunität, Herr Kohl, schon erreicht? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir so genaue Daten ja nicht bekommen. Diese Daten liegen entweder bei der Kassenärztlichen Vereinigung bzw. bei denen, die impfen. Und die werden aus Datenschutzgründen auch nicht in dieser Form übermittelt. Nein, von der Herdenimmunität sind wir leider noch entfernt. Da bedarf es noch vieler Impfanstrengungen und vor allem auch Überzeugung, dass man sich impfen lassen sollte. Wir haben ja zurzeit die Diskussion um Kinderimpfen. Die wird ja sicherlich auch noch in der nächsten Zeit anhalten. Aber wir bemühen uns hier nicht erst seit heute, sondern auch schon in den vergangenen Monaten und Wochen, die Zahl der Geimpften nach oben zu treiben, um merkbar mitzuwirken. Und das sieht man in der Tat an der Inzidenz im Erzebügskreis. Die war ja fast bei 300. Sie ist jetzt, gestern war sie freundlicherweise mal bei 74. Heute ist sie wieder bei 92. Hoffen wir, dass der Trend trotzdem nach unten anhält. Und das war dann im Juni, Mitte Juni, wie die Zahlen haben, die auch andere Landkreise und Städte in Leipzig zum Beispiel haben. Dass auch bei uns die Leute draußen sitzen können und können nach so vielen Monaten eingeschlossen sein, das Leben wieder genießen. Deshalb weitere Inabstrengungen notwendig. Aber ich möchte mich natürlich auch bedanken für das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Wir hatten hier die Möglichkeit, einerseits den Hausärzten unter die Arme zu greifen mit eigenem Personal. Die Hausärzte verimpfen also nicht nur in Aue, sondern zum Beispiel unser Hausarzt aus Aue hat in Tschollau verimpft. Das ist also auch nicht mal eine Silberbergemeinde, sogar weitergehend. Da haben wir das Personal eingesetzt. Wir haben dann eine Sonderaktion, das Helios Klinikum Pilotprojekt unterstützt. Das war auch nicht nur für Aue Bad Schlemer gedacht, denn das Helios Klinikum versteht sich ja als Regionalversorger für einen gewissen Umkreis. Und dort wurde ich gebeten, diese Impfdosen den Kollegen anzubieten. Ich habe das auch sowohl von Schwarzenberg bis Schneeberg gemacht und aufgefordert, dass sie diese Impfdosen abnehmen sollen. Je nach kommunalem Stand hat man entweder unsere Hilfe in Anspruch genommen oder nicht. Es kam dann zum Impfen. Da noch weitgehender 80-Jährchen, die waren nämlich noch nicht durch. Und dort hatten wir auch im Helios Klinikum viele aus Schneeberg, aber auch aus anderen Orten, das geht teilweise von Oberwiesenthal bis Zwickau, verimpfen können. Auch hier stand unser Personal dem Helios Klinikum zur Seite. Wenn ich das jetzt so richtig raushöre, heißt das ganz konkret, Sie haben da im Prinzip immer in die Breite gegriffen und auch zugelassen, dass man aus ganz Sachsen kommt. Weil letztendlich muss man ja auch ziemlich global denken an so einer Stelle. Ja, es ist ja eine Pandemie und es nutzt ja nicht, an einem bestimmten Ort nur zu impfen, sondern es bedarf ja da einer Strategie. Und jeder, der geimpft ist, ist hilfreich in der Pandemie. Und hier im Erzgebirgskreis durch die hohen Inzidenzen greifen wir ja. Auch der aus dem Nachbarort ist ein Beitrag, weil wir hier uns ja als Zentrum führen. Wir hatten dann noch überraschend, doch auch für uns überraschend, ein Geschenk der Landesregierung, als der Ministerpräsident war. Ich wollte gerade sagen, der Ministerpräsident war da und hat ordentlich sozusagen in die Tasche gegriffen. Ja, man kann es sagen, ein Geschenk. Und das war etwa eine Rechenaufgabe, hat sechs Altlandkreise nachgedacht. Das waren dann pro Altlandkreis 1500. Die sollten dann innerhalb von 24 bis 48 Stunden schon langsam verimpfen. Das war wegen des Feiertages nicht möglich. Wir haben das dann auf Befehl des Landratsamtes für den Cluster vorbereitet und dann auch durchgeführt. Was mich ja auch beeindruckt hat, Sie waren sehr, sehr früh, als es um die Bildung eines Impfstabs ging. Naja, vielleicht eine Anekdote am Rande. Ich kenne Herrn Reismann, unseren derzeitigen Dezernenten, so seit 30 Jahren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir gemeinsam an die Schulbank in Ahrweiler im Katastrophenschutzzentrum gedrückt haben. Ich war nämlich eher Katastrophenschutzdezernent eines Landkreises. Das geht einem natürlich in Fleisch und Blut über. Das, was man erlernt hat, wendet man halt dann auch an. Und das heißt also, diese Organisationsform auch für kreisangehörige Kommunen im Katastrophenfall oder im besonderen Fall wie hier einer Pandemie anzuwenden. Das ist Legeartes und wird auch empfohlen. Jetzt hört sich das groß an. Impfstab, was steckt da eigentlich dahinter? Naja, der Impfstab ist also jetzt ein Koordinator und mehrere Personen, die das unterstützen. Aber Stab ist nicht ganz so das Richtige. Die müssen auch operativ tätig sein. So haben die also im Helios-Klinikum und später auf der Impfstraße im Aktivist eben mitgewirkt. Auch wenn sie sowohl als Platzanweiser, als Schreibkräfte, weil die haben natürlich keine medizinische Ausbildung. Das machen die Organisationen, die damit beauftragt sind. Und das ist auch bei den fliegenden Teams in der Regel die Federführung des DRK. Das bedient sich dann der anderen Hilfsorganisationen, übrigens auch nach dem Katastrophenschutzgesetz. Das sind alles mitwirkende Organisationen in diesem Bereich. THW ist zum Beispiel eine davon. Und die haben dann die Leitung darüber, wie das verteilt wird. Und gut, hängt vom Impfstoff ab. Und wir müssen die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Und wir hatten ursprünglich ja für das Impfzentrum gemeinschaftlich solidarisch im Silberberg das Bergarbeiterkrankenhaus in Schneeberg favorisiert. Das ist aber nicht von uns dann abgelehnt worden. Das wurde dann von Deutschen Roten Kreuz als nicht geeignet betrachtet. Und bei der Spontanaktion durch den Ministerpräsidenten haben wir dann auf den Aktivist zurückgegriffen. Der liegt ja sehr... Aktivist, das Kulturhaus Aktivist. Ja, das Kulturhaus Aktivist zurückgegriffen. Das liegt ja sehr zentral für die Silberbergerung. Insbesondere ist es ja auch von uns, aber auch von Schneeberg bestens erreichbar. Und dort ist was dann passiert innerhalb von drei Tagen? Ja, innerhalb von drei Tagen konnten 1500 Dosen zu 99 Prozent verabreicht werden. Und das wurde von den Helferorganisationen, ich glaube von den Johannittern, als sehr sportliche, hervorragende Leistung gelobt. Und das Lob ist ja von einer Fachorganisation. Dass das alles so gut funktionieren konnte, liegt natürlich aber jetzt nicht nur an dem guten Personal der Stadt Aue, das sozusagen kostenfrei für die umliegenden Kommunen tätig geworden ist, sondern auch an unseren Mitarbeitern in der Kurgesellschaft, die eben, sagen wir mal, Publikumsbetrieb und das Buchen von Terminen fürs Gesundheitswesen geübt sind. Wir konnten dort auf eine, ja, ausgebildeten, professionelle Callcenter zurückgreifen. Also vielen Dank, das war sehr erfolgreich. Also ein Wort habe ich jetzt schon mehrfach herausgehört. Das Wort Zusammenhalt, Zusammenstehen ist, glaube ich, auch eine Organisation beziehungsweise eine Aktion, die hier in Aue-Bad-Schlemer entstanden ist. Sophia, Verena Tschernowski und Markus Illmann haben das ins Leben gerufen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Botschaft, die Sie nach draußen geben wollen. Ja, anfangs, als Sophia mir das berichtet hat, da hatte ich gesagt, ja, Zusammenstehen in der Krise ist also nur im übertragenen Sinne möglich. Da zeigt sich ja, dass es wahrscheinlich dann auch physikalisch bald möglich ist. Aber Zusammenstehen ist jetzt noch wichtig. Die Krise ist nach Karl-Lauderbach ja weitgehend vorbei. Aber das werden wir sehen, was mit der vierten Welle ist, was mit der Aktion der dritten Impfung sein wird. Das kann man noch nicht abschließend sagen. Und jetzt werden natürlich auch erst die Schäden richtig bewusst, die eingedrehen sind, Geschäfte oder Gaststände, die nicht wieder aufmachen. Da ist sicherlich einiges noch zu bewältigen. Der Städtetag macht da ja auch einige Aktionen. Also jetzt kommt es wirklich darauf an, dass wenn wieder auf ist, dass wir zusammenstehen und neben Gastronomie und Einzelhandel eben auch die Kultur und die gesamte Wirtschaft unterstützen. Und dafür zusammenstehen, ja, dafür haben wir auch etwas vor, eine Covid-Ex-Strategie, nämlich als Modellprojekt. Gerade unser Kurbad leidet ja, dass es keine... Massiv, ne? Massiv daran, dass wir keine Gäste empfangen dürfen. Jedenfalls, es gibt ein paar medizinische Anwendungen, die aber nicht das Bad tragen. Freibäder dürfen jetzt aufmachen. Und wir verstehen nicht ganz, warum ausgerechnet Kurbäder oder spezielle Hallenbäder, die eine besondere Hygienetechnik haben, die Filtertechnik haben, die Chlorung haben, warum ausgerechnet die noch nicht in der jetzigen nächsten Corona-Schutzverordnung erwähnt wird mit einer Öffnungsstrategie. Da wird die Politik anstrengend unternehmen müssen, dass das für die Neue ab dem 1.7. wahrscheinlich geltende dann ist. Denn das macht den Kurbetrieben im Erzgebirge ziemlich zum Schaffen. Zumal es ja auch keine Förderung durchs Land oder Bund dafür gibt. Jetzt haben wir sehr, sehr viel Werbung gemacht. Für das Impfen natürlich auch, denn es scheint ja der Weg aus der Pandemie zu sein. Es gibt aber auch Impfgegner beziehungsweise Impfkritiker oder auch vielleicht Impfängstliche. Was geben Sie denen mit auf den Weg? Also man kann das immer nur betonen. Es gibt keine Impfpflicht. Da würde ich selbst auf die Straße gehen. Es gibt möglicherweise eine gesellschaftliche Pflicht, wenn man jetzt keine echten Bedenken hat, sondern nur uninformiert ist, sich zu informieren und kundig zu machen, ob es noch doch besser ist, wegen seiner Vorerkrankungen und ähnliche Dinge sich impfen zu lassen. Niemand muss sich aber impfen lassen. Aber wer es möchte, dem sollte man ein umfassendes Angebot ermöglichen. Ob es nun ein Vektorimpfstoff ist oder ein Impfstoff von Messenger, RNA, was auch immer, oder Totimpfstoff, vielleicht werden die auch noch zugelassen. Das sollte man jedem die Gelegenheit geben. Und im Augenblick ist das ja doch trotzdem der Engpass. Also müssen wir noch ein bisschen mit der Krisis, vor allem der Impfstofflieferkrisis, leben. Ich hoffe, dass dann wirklich die Versprechungen in Erfüllung gehen, dass ab Juli, August dann allen ein Impfangebot gemacht werden konnte. Dann drücken wir die Daumen, dass das tatsächlich funktioniert, dass es dann auch endlich Öffnungslösungen gibt, dass sich der Handel erholt, dass die Gastronomie wieder das machen kann, was sie am liebsten macht, nämlich Gäste empfangen. Und dass man sozusagen über den Tellerrand hinausschauen kann. Denn im Endeffekt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier geschlossen rausgehen. Das ist richtig. Aber wir haben schon weite Teile von Sachsen. Da kann man schon im Biergarten sitzen. Da kann man einkaufen. Wir im Erzgebirge müssen uns noch einen Augenblick gedulden. Und vielleicht können wir uns dann doch gemeinsam durchringen, dass wir noch ein bisschen Geduld haben, um dann gemeinsam das Wiedererstarken, das Wiedereröffnen zu feiern. Ich freue mich auf das erste kühle Bier in einer Gaststätte mit Außengastronomie. Wollen wir keine Werbung machen für wen. Aber auch in Aue, Bad Schlemer, sollte das bald möglich sein. Dann grüße ich jetzt mit zusammenstehen. Schauen Sie sich das ruhig mal an, was da Markus Illmann unter anderem vorhat. Auch in Verbindung mit einer Sportveranstaltung, mit der Erzgebirgstour. Ich sage Glück auf und vielen Dank Oberbürgermeister Heinrich Kohl, Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Aue, Bad Schlemer. Glück.